Oh mein Gott Leute, wir haben alle Secret Rare Karten zu Jet Black Poltergeist und Silverlands. Das bedeutet, wir haben jetzt alle Karten zu Schauriger Herrschaft E-League bekommen und die werden wir uns heute schauen. Und somit heiße ich euch herzlich willkommen zu SashLive, eurem Pokémon YouTube Channel. Ja, ihr seht hier schon die erste Karte. Wir haben hier alle Karten. Ihr seht sie hier schon ein bisschen unscharfen. Wir werden die uns jetzt mal alle zusammen anschauen. Jet Black Poltergeist und Silverlands werden am 23. April rauskommen. Das bedeutet, diese zwei Sets, einmal hier Silverlands, Jet Black Poltergeist und Matchless Fighters, werden unser Set Schauriger Herrschaft Chilling Rain ergeben. Wir haben hier 3x70 Karten. Wir sind bei über 200 Karten. Erwartet nicht, dass wir alle Karten bekommen. Die Karten, die bei uns nicht vorkommen werden, zu pullen, die werden wir zum Beispiel als Promokarten bekommen, wie zum Beispiel das Rapidash. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Wir haben jetzt alle Secret Rare Karten zu Shilling Rain und Jet Black Poltergeist. Bedeutet, äh, Shilling Rain, Silverlands und Jet Black Poltergeist. Bedeutet, jetzt haben wir das komplette Set zu Schauriger Herrschaft. Außer Schauriger Herrschaft wird sich nicht aus diesen 3 Sets ergeben, was ich aber nicht glaube. Hier ist, by the way, das Rapidash. Das werden wir zum Beispiel als Promokarte bekommen in einer V-Box. Ja, schauen wir uns mal die Karten an. Das ist jetzt für mich komplett blind. Ich habe sie mir noch nicht angeschaut. Ich habe eben auf Instagram eine Karte gepostet. Die habe ich per Zufall entdeckt. Dann habe ich hier vorbeigeschaut. Boom, alle Karten am Start. Okay, wir haben hier Volkanion als Alternative Artwork. Ichi Geki, wundert mich nicht. Die Karte sieht geil aus, aber wundert mich nicht. Da es die Karte auch als normale V-Karte zu pullen gibt. Dann haben wir hier natürlich den Ice Rider. Ich finde es richtig nice, dass diese Karte jetzt eine Secret Drag Karte hat. Eine Full Art Karte meine ich. Und ihr seht auch immer unten links S6H für Silverlands, S6K für Jet Black. Da könnt ihr schon ungefähr abschätzen, welche Karte wo vorkommen wird. S6K ist dann die Karte, wo es das Homo Celebi gibt, wenn man sich zwei Boxen holt. Dann haben die nochmal eine normale Alternative Artwork Karte, die man pullen kann. Sehr, sehr, sehr cool. Gefällt mir richtig gut. Ich finde das richtig toll, dass wir wieder Alternative Artwork Karten bekommen haben. Ah, by the way, wenn ihr dieses Video seht, gibt es noch heute ein Video zu den neuen Mani Karten. Haltet einfach die Augen auf und das wird wahrscheinlich ein bisschen früher online kommen. Ich muss mal schauen. Ja, dann haben wir hier Rapidash als Alternative Artwork Karte. Auch richtig schön. Sehr, sehr toll. Wundert mich gar nicht. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich finde die normale Form schöner. Dann haben wir, oh mein Gott, das ist mal eine mega nice Karte. Das ist ja mal richtig heftig. Erinnert mich schon ein bisschen mehr an Magic oder an Yu-Gi-Oh! Weil diese Karte wirklich was hat. Das ist wirklich eine unglaubliche Karte. Sanaconda, das ist kein... Da müssen wir uns nicht wundern. Eigentlich können wir eh davon ausgehen, dass wir alle V-Karten hier ein zweites Mal bekommen. Ähm, okay, die Karte ist total random, den wir auf alle Fälle an. Den haben wir auch schon als... Da S6K wird er wahrscheinlich sein. Ichi-Gi-Ki, weil den haben wir schon als normale V-Karte bekommen. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Tornadius oder so ähnlich heißt der. Da ist der Boy, da war er bei Silverlands gewesen. Ja, den haben wir aber als normale V-Karte auch. Oh mein Gott! Das sieht richtig geil aus! Also, ich hoffe, ich hoffe, dass die mit den Alternative Artworks genauso weitermachen, wie sie jetzt angefangen haben. Früher gab es die ja auch eine Zeit lang, dann wurde es irgendwie pausiert. Ähm, bei Hidden Fates gab es die zum Beispiel nicht. Und jetzt haben wir wieder welche und die sehen richtig, richtig schön aus. Ja, dann haben wir eine neue Trainerkarte. Flavia aus der dritten Gen-Arena-Leiterin. Nehmen wir auf alle Fälle an, eine Waifu. Ich kann mir gut vorstellen, dass die auch sehr, sehr wertvoll wird, weil die einfach sehr beliebt sind. Dann haben wir noch eine Trainerkarte. Einfach annehmen. Hat irgendwas mit V-Max-Karten zu tun, ich weiß jetzt nicht ganz genau was. Dann haben wir den Hiker. Auch sehr, sehr, sehr cool. Ich habe das Gefühl, dass die wirklich sehr stark den Fokus auf die Full-Art-Trainerkarten setzen, weil die einfach sehr beliebt sind. Okay Leute, wir machen mal ein bisschen weiter Thick-Wick. Dann haben wir hier, dann haben wir die Rainbow-Karte. Die Rainbow-Karte von den Ice Rider. Wundert mich nicht, war eigentlich klar, dass wir den bekommen als V-Max. Sieht richtig cool aus. Ich hätte mich gefragt, wenn wir die zwei nochmal separat als V-Karten bekommen hätten. Das hätte ich cool gefunden. Und die Karte, die kennt ihr ja bereits. Dann haben wir noch Sander Conta als V-Max. Den hier als V-Max Rainbow. Die Trainerkarten ist jetzt nichts Besonderes. Und jetzt haben wir die erste Gold-Shiny-Karte. Einmal das Bronze-Song, Leute. Ist okay, kann man annehmen. Aber ich habe schon die Gold-Shiny-Karte von einem anderen Set gesehen. Ein S6K. Ich hätte echt gedacht, dass das hier eine geilere Shiny-Karte wird. Versteht mich nicht falsch. Aber Bronze-Song ist jetzt nicht mein Lieblings-Pokémon. Ist okay, von der vierten Gen. Aber die andere Seite hat ein geileres Gold-Shiny. Das werdet ihr noch sehen. Dann haben wir hier eine Laterne. Ichige-Ki-Laterne. Einfach annehmen, Leute. Und ein Wikinger-Helm mit Stacheln. Ja, nehmen wir auf alle Fälle auch an. Was ich sehr, sehr geil finde. Wasser-Gold-Energie. Das ist richtig geil. Also die will ich unbedingt pullen. Energie-Karten sind, finde ich einfach zeitlos. Okay, ich werde mich jetzt ein bisschen ranhalten, Leute. Wir haben hier Celebi Alternative Artwork. Sehr, sehr, sehr schöne Karte. Freut mich, dass dieses Pokémon mehr Aufmerksamkeit verdient. Hat es voll verdient. Bekommt, hat es verdient. So, ja, einmal Fossil. Ist okay, können wir annehmen. Den können wir auch annehmen. Haben wir auch schon als V-Karte gesehen. Daher, oh mein Gott. Okay, der ist richtig geil. Der ist richtig geil. Generell, alle Alternative Artwork-Karten sind richtig geil. Der sieht, der sieht wirklich mad aus. Also, ich muss schon sagen, Chad Black Poltergeist hat, finde ich einfach, die geilachen Karten, die wir jetzt gesehen haben. Lust, dass wir auch Celebi bekommen, wenn ihr es vorbestellt. Zwei Boxen pro Karte, genau. Aber fragt ihn mal vorher beim Händler nach. Metagross Full Art, nehmen wir auf alle Fälle an. Ein sehr, sehr cooles Pokémon. Den als Shiny-Karte würde ich mich mega drüber freuen. Hytera Full Art, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Gibt mir voll die Gen 2-Vibes. Nur wenn ich dieses Pokémon sehe, hat, glaube ich, damals sehr stark eingeschlagen. Dann haben wir nochmal Hytera als Alternative Artwork. Auch richtig schön. Die Infinitiv annehmen, sehr, sehr tolle Karte. Ich finde das wirklich toll, dass wir wieder Alternatives haben. Dann haben wir hier wieder ein paar Trainer Full Art Karten. Wieder ein Girl, noch ein Girl, Agatha. Noch ein Girl. Ja, Leute, wir haben hauptsächlich Girls. Das wird, glaube ich, etwas teuer, wenn man das sich so kaufen möchte. Und halt noch den Wassertopf hier, Rena Leiter. Ich bin mir nicht sicher, die Gen habe ich nicht gezockt. Dann haben wir die gleichen auch als Rainbow Karten. Die können wir ein bisschen skippen, Leute. Rainbow Selevy VMAX. Das hätten wir uns eigentlich auch schon vorher denken können. Oder habt ihr wahrscheinlich schon gewusst, weil wir haben auch hier Rainbow. Hier die normale Selevy VMAX als VMAX-Karte, genau. Dann haben wir jetzt wahrscheinlich, ja genau, auch die hier als VMAX-Rainbow-Karten. Und die Alternative Artwork-Karte, Metagross VMAX-Rainbow. Und da ist der Boy, ein Shiny Electroball. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ich mag Shiny Electroball. Ich finde die Farben sehr, sehr cool. Blau auf weiß. Wir hatten auch schon mal einen Shiny Electroball. Electroball sollte ich gerade sagen. Ja, das ist eine Vorentwicklung. Mir fällt es gerade nicht ein. Voltoball, ups. Und den hatten wir bei Hidden Fates. Den fand ich auch sehr, sehr, sehr gelungen. Und jetzt haben wir den. Dann haben wir hier eine Gold-Karte mit einer Sphäre. Auch sehr, sehr lustig. Und dann haben wir hier ein Wikinger. Wie heißt es nochmal? Mir fällt es gerade nicht ein. Ist ja egal, Leute. Definitiv nehmen wir die Gold-Karten an. Die Gold-Trainer-Karten, finde ich, ist ein okay. Aber wir haben hier, oh mein Gott, Gold-Psycho. Das ist geil. Passt eigentlich. Silverlands, wenn wir hätten wir eine Eis-Energie-Karte. Dann hätten wir wahrscheinlich hier Eis. Und hier Jet Black. Hätte ich mir eher Fimsternis gewünscht. Aber leider haben wir keine schöne Gengar-Karte. Wir werden aber Gengar als V-Max-Karte bekommen, Leute. Da gibt es Decks. Das habe ich euch mal im Video gezeigt. Und Marsho Mai hoffentlich bekommen wir auch noch. Ja. Ja, so viel dazu. Diese drei Sets, Matchless Fighter, Silverlands und Jet Black Poltergeist werden uns da seit schauriger Herrschaft bilden. Finde ich sehr, sehr cool, dass wir jetzt alle Karten haben. Ich finde, dass die Sets wirklich einiges zu bieten haben. Ich werde aber noch näher auf die Sets eingehen. Dazu in einem anderen Video mehr. Dann haben wir noch weitere Ultra Pro Produkte über Mew. Mew Deckcase, Mew Latte, Sleeves und so weiter und so fort. Rottenbein da auch. Ob es das finale Bild ist, weiß ich nicht. Weil ich finde, ich muss euch ehrlich sagen, die Bilder manchmal ein bisschen langweilig. Weil das sind einfach Copy- und Paste-Bilder, PNGs, die wir schon hundertmal gesehen haben. Und da würde ich mir wünschen, dass das Mew vielleicht irgendwie eine andere Pose hätte. Zum Beispiel auch so wie beim Lapras und Garados bei der Produktreihe, bei der Seaside-Reihe. Aber egal. So viel dazu. Wir haben alle Karten jetzt hier geleakt bekommen. Ich finde die Karten wirklich sehr, sehr schön. Lasst mich gerne wissen, welche Karte ihr am schönsten findet. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem Video. Denkt an das Mali-Video, was heute noch folgen wird. Wir werden wahrscheinlich die Mali-Karte als Promokarte bekommen. Was das für Auswirkungen auch noch mit sich ziehen wird. Dann sind wir durch mit dem Video. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Wieder macht's gut. Bis dann. Und ciao. Bis dann.